Musik Boah, ist das schön hier. Hast du einen Ausflug? Musik Wow, Kai, schau mal da hinten. Wo? Ah, ich seh ihn ja da. Was für ein schöner Anblick, oder? Boah! Thomas, da! Guck mal da! Na wo? Wo siehst du noch was? Nach vorne ist der Spech zwischen den zwei Bäumen. Siehst du den nicht? Boah! Ich erkenne ihn nicht. Ich seh ihn nicht, Kai. Ja dann hier, schau durch mein Fernglas. Oh ja! Jetzt kann ich ihn auch erkennen. Boah, Kai! Guck mal hier! Wow! Zwei Kräuterseitlinge. Die nehme ich mit. Die kommen morgen in den Kochtopf. Ey, Thomas! Lass mir hier eine Pause machen. Du hast recht. Du solltest mal was essen. Oh ja, ich hab echt einen mega Hunger. Das ist gut. Ich hab was Leckeres für uns eingepackt. Boah! Danke. Für jeden einen Becher. Und dann hab ich noch das hier dabei. Danke schon. Hier Kai für dich. Ich hab dir ein Käsebrot gemacht. Wow! Danke! Jetzt hab ich hier. Mann, was für ein idyllischer Ort hier, oder? Und dieses Vogel gibt's bitte schon, ne? Mhm. Sag mal. Hörst du das auch? Unterhalt! Welcher ist der nächste? Pass auf, Sven. Der kann weg. Den kannst du fällen. Alles klar, Chef. Ja, du hast recht. Ey, das ist ne Kettensäge. Ich bin hier auch, Junge. Ähm, Entschuldigung? Warum fällen sie denn hier die Bäume? Ja, die gehen nächste Woche auf den Truck und dann ab nach China damit. Ey, Kai, mal ganz kurz. Die können doch nicht hier die Bäume platt machen, während wir hier sitzen. Was ist denn da los? Hä, das ist doch viel zu gefährlich. Die sitzen doch gerade noch nicht hier. Was soll das? Ey! Ey, Kai, man. Die sind doch rausgeknallt. Lass uns hier abbrauchen, Mann. Komm. Du bist doch, Mann. Nein!